Hallo und willkommen. Ich bin Audio-Traveler Henry Barchett und für diese Episode bin ich nach Disneyland Paris gereist, um mir den neuen Avengers Campus in den Walt Disney Studios anzusehen. Dort habe ich Oscar-Gewinnerin Brie Larson getroffen, die in Paris ein weiteres Mal ihre Rolle als Captain Marvel verkörpert. Und auch Sängerin und Influencerin Anna Kohler hat den neuen Avengers Campus getestet. Für mich als Avengers-Fan, es war für mich einfach so ein tolles Gefühl hereinzukommen und es ist einfach, als wäre es für einen Film. Man kann sehr, sehr viel hier machen. Kommen Sie mit mir in die Welt von Iron Man, Captain Marvel und Spider-Man in den Avengers Campus in den Walt Disney Studios in Disneyland Paris.